Willkommen zurück beim Landwirtschafts-Symbolator. Johnny ist fertig. Sehr gut. Du kannst anhalten. Danke. Gute Arbeit. War das mein Trecker? Nein. Das heißt, wir können den Fremdauftrag abschließen. Tschüss, Ben. Wir sind jetzt bei 88.000. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und springen in den nächsten Monat. Das wäre der November. Und let's go. So. 86.000 sind noch übrig. Wir haben ein paar Kreditzinsen bezahlt und schauen gleich mal, was uns erwartet. Hier erwartet uns nichts. Gut, Kalender sagt im November, mach mir gar nichts. Das heißt, wir können uns ganz um Fremdaufträge kümmern. 15.000 für Grubbern, Feld 12.000 fürs Pflügeln auf Feld 5.000 fürs Ernten. Ach, da hinten. Ja, ich wollte sagen, wir nehmen alles mit. Warte mal, wie breit ist denn der Grubber? Können wir da nicht unseren eigenen nehmen? Ah, da brauchen wir wieder zu langen. Naja, wobei, wir müssen ja pflügen. Wir müssen ja pflügen. Also, ich nehme den Auftrag für Feld 12 an. Und wir nehmen den Grubber hier. Ah, nee, das ist die Seemaschine. Entschuldigung. Lässt du mich mal raus hier? Wo stand denn unser Grubber? drüben, wa? So. Ah, wohl ist noch nicht viel dazugekommen. Oh, ja, da wird immer eine Dauern, aber das relativiert sich, weil wir ja pflügen müssen. So, wo fährst du hin? Nach Feld 12. Zielsetzen. Am besten fährst du hier außen lang. Also, fährst du mal bis dort. Okay. Dann. Pflügen. Feld 5. Ähm, da muss ich mir die Geräte ausleihen. Danke. Und das bist du. So, Feld 5. Wo finden wir das? Links. Alles klar. Alles klar. Heil. Einfach durchlaufen lassen. So. Könnten wir das vielleicht doch schaffen Mit dem Geld Dass ich für den Frühling ein neues Feld So Da sind wir Sieht gut aus, danke Warte mal Wo fängst du an? Auf dem Hoch runter Okay Boah Da siehst du doch gar nichts Johnny Da siehst du doch gar nichts Ah, du wirst schon wissen, was du machst Verschwindet dein Nebel Vielleicht ist er weg Es klappte Es klappte wieder alles um Junge, Junge, Junge Entscheide dich doch mal Ah, jetzt fängt er an So Tschüss Gut Was ist mit dir Du fährst nach Feld 12 Bis zum nächsten Mal Hier war es. Let's go. Klappt? Ja, klappt. Wunderbar. So, was können wir machen? Du bist fertig, du bist fertig. Tiere, ihr habt Wasser, ihr habt Gras, alles gut. Euch selber geht's auch gut. Ja, ganz deine Meinung. Mäh. Die Palette gehört mir, sind 200 Liter. Okay. So, auf meinen Feldern kann ich nichts machen. Gut. Ja, hier ist gegrubbert. Hier ist alles in Ordnung. Unkraut gibt es nicht. Hier ist gemulcht. Land. Auf das hier warte ich, 122.000. Da freut mich schon drauf. Da haben wir endlich ein gutes Stück Land. Was ist denn als momentan aufgew... Setzt. Gar nichts. Brach. Ja gut, ist ja auch November. Du kommst zurecht. Was ist denn das denn? Ach so. Und jetzt fährt er wieder zurück. Ja, bloß aber knickt das Ding ein. Oder? Ja. Ja. Das habe ich geahnt. Ah. Falsche Trecker. Oh Gott. Ich sehe schon, ich muss das alles alleine machen. Ich sehe schon, ich muss das alles alleine machen. Na ja, noch klappt es. Na ja, mal gucken, wie weiterkommt. Und du? Ich kann nur einen alleine machen. Und ehrlich gesagt, würde ich euch gerne arbeiten lassen, dann kann ich nämlich noch einen dritten Fremdauftrag annehmen. Wie zum Beispiel Fett 9 düngen. Ja. Die nehme ich an und das mache ich mit meinem eigenen Mineraldünger. So. Fett 9 mache ich jetzt. So. Wo ist denn jetzt hin? Düngen. Feld 9. Ach ja, einfach hier gerade durchfahren wieder. Alles klar. Das kriege ich hin, sobald ich sehe, wo ich hinfahre. Na, Entschuldigung. Ja, das war immer noch das Schild, weil ich die Aufnahme gleich mal Anschluss an die andere mache. Ich bin ja dabei, ein paar Aufnahmen als Vorrat anzulegen für die kommende Woche, also für diese Woche jetzt. Da ich in der Zeit lächelnd und leidend zu Hause liege und nicht aufnehmen darf. Jetzt müssen wir Feld 7, genau das, Feld 8 und da hinten ist der Feld 9. Kriegen wir hin. Das hier wäre auch ein schöner Hof. Ich glaube, wenn ich den kaufe, habe ich gleich den, was ist das, einen Unterstand oder einen Tierstall? Gleich mit drin. Ah, hier sind wieder die Gewächshäuser. Ja. Das ist einfach bloß eine Garage oder einen Stall. Das mache ich in die Lauf. Gar nicht. Ja, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob mein eigener ist. Ja, das ist bloß eine Lagerhalle, kein Stall. Gut. So, wir sind da. Ich hätte gerne eine Spurführung. Achso, wir sind hier schon richtig. So. Wir sind ja hier schon richtig, okay. Dünger, 3%. Ja, die hat ja noch gleich überholt. Wunderbar. Ah, Linie bleiben. Wunderbar. Gerade, nein, mein Freund. 10%. Wunderbar. Da sind wir hier in Rekordzeit durch. So. Gut. Ja, da würde ich einfach sagen. Machen wir einen Zeitraffer draus, wa? Ich sage Musik an. Zeitraffer an. Let's go. Covid-19. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 sehr gut ich würde fast sagen wir belassen ist dabei ja dann machen wir jetzt etwas kürzere folge einfach aus dem grunde ich muss jetzt nur noch warten bis die fertig sind damit wir in den nächsten monat wechseln können und ja mehr sich zu tun wir sind durch mit unserer arbeit das heißt wir warten jetzt auf johnny der ist pünktlich zur nächsten folge fertig und bis dahin sage ich danke fürs zuschauen danke für eure kommentare macht's gut den nächsten tag und vor allem see you later